Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hunt Showdown. Diese Runde ist eher ungeschnitten. Äh, es war nämlich im Endeffekt die ganze Zeit irgendwas los. Und da brauch ich doch nicht viel schneiden. Nun denn, viel Spaß! Lauf zur Eisenhütten! Mhm... Brossehütten! Ich bin noch nicht aufgesteben! So... Eisen ist aber weniger wert. Stimmt! Stimmt auffallen! So, ich nehm' wir gleich mal den Altar! Alter! 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 Brauch's gut! Wie ist er? Wo ist er? Neh' mal trotzdem raus, geht's? Und Handvoller! Was? Natürlich der eine Boss, wo meine Membran-Munition nix bringt. Ja... Äh, haben wir irgendwo die Axt gesehen? Versuch' mal noch! Ich such' grad! Äh... Hinten so ein Flügel hoch! Oh, da war da noch ein Flügel hoch! Südosten, oder? Hm, Südwesten! Ne, oder? Doch, Südosten! Ja... 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 Bis jetzt nix... Ne... Ja... Ja... Hier ist ne Axt! Der ist sauer! Oh, Kasse! Ich hab... Ich hab'n Hammer gefunden! Komm, wir zur Kasse! Ich hab'n Hammer, wo ist die Kasse? Ich hab'n Hammer, wo ist die Kasse? Jetzt nix noch weiss! Und hier sind gut imjenigen EP! Ja... Und da ist wir so'n gut imjenigen EP! Dankeschön! Und wieder hier, die Kasse! Ja, gell! Ich hab'n Hammerfrau'n... Noch weiss! Vorne umseck, ja... Immer noch weiss! wieder sauer ich würde gern mit meiner ding fertig machen meine ich habe gar nichts ich würde gern hier hoch jetzt oben drauf naja dahinten da ist ein pferd ja da ist einer läufst nach rechts ja hinter dem baum oder wo ja nach links gelaufen da kommt er da bestimmt wieder raus da ist er nach solo aus oder waren es zwei ich weiß nicht ob der oben drauf kommt da da dahinter ist da ist der gleiche ich habe ihn durch mit luken gesehen ist der gleiche dass der so schnell da kommt oh gut ja war echt schnell ich glaube nicht dass das der gleiche ist nur der gleiche skin der war ja da hinten ich habe den ja gesehen ja der ist er dann nach hinten nach links verschwunden ist hat er einen ziemlich langen Weg gemacht der hätte auch lange gebracht ja ich hätte ihn dann aber noch gesehen ich meine ich achso außer das war ein zombie du hast ihn im blick oder noch habe ich im blick ja links sind halt auch schüsse gewesen ja ja moh aber da ist ja kein boss das ist sweetwell da könnte einer sein so jetzt ist unten einer reingesneakt mhm äh von links ganz von links 38 Meter 38 Meter irgendwo im Gebüsch drin bei der Brücke um an uns da links unten drin da ja sehr schön die da was sieht das ja ui da ist noch einer da oben Richtung Osten ja ich muss ein bisschen halten ich muss ein ist mir wieder beliebt hier dann war der ja jetzt der ja gerade eben geschossen hat wahrscheinlich das ist kein Solo die könnte ein Solo sein vielleicht aber die lebt noch nicht mehr äh steht nicht auf so der ist fertig ja ich zünde sie mal an ja da hinten ist noch einer da hinten im Südosten das wird der Partner von dem sein liegt noch ja ganz weit hinten ganz weit hinten irgendwo da so müsste es gewesen sein kommt immer noch sollte sie aufstehen wollen die brennt ja sie brennt können noch oben raus ist auch nicht weil da ist wer gegen den Schüssen meinst du mhm aber das war klapp mit dem aufheben nur da hinten ja gell das war ich es nicht müsste da drin sein fast ich weiß mal was dahinter dahinter oder dahinter ja schade letzte Sekunde letzte Sekunde der ist es da hinten uh der ist jetzt aber weit weg komm wo da hinten so ich habe keine Sekunden mehr übrigens und noch zwei da ah ne das ist ein Brand ja gehen wir einfach nach Süden oder nach Süden wieso nach Süden nach Süden Verdammel SO Dete hin hinter uns läuft er man hört ihn Echt? Ja. Da im Gebüsch drin. Ja. Ich bin tot. Wie konnte der mich sehen, Musi Nagant? Was für ein Wichser. Das ist der, den wir vorher als erstes gesehen haben. Jetzt versteh ich's. Wo ist denn der? Steht der da nicht im Busch drin? Wie konnte er dich da sehen, ey? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwo da drin. Jetzt kannst du mich holen. Mich dürfte nicht treffen können. Wunderbar. Abhauen. Ja. Oh nein. Geht's wieder? Mhm. Ich tun dir das was an. Ich hab keine Sekunden mehr. Auch nicht. Komm. Komme. Und ich komm. Schlägt, schlägt nicht aus. Wie schlägt nicht aus? Die Schattensicht. Also kein Instinct. Nein, die auch nicht. Ich denke du liegst noch da. Das würde man doch, das sieht er doch mit den Balken. Gut, aber mit der Musi noch ganz weit kann der nicht gucken. Hä? Achso, da hinten? No, nicht doof. Hm? Schlägt auch hier nicht aus. Könnten uns hier versteckt bleiben. Ah, der kommt hinterher. Bin die Flossen. Ich werde dich da lassen. Jetzt ist's. Ah, ah. Jo. Immerhin geschafft. Nein, Glück. War nämlich wieder schon zu knapp. Ach, vier Persönchen sind grad dazu gekommen. Man grüßt euch. Hallolo. Hallo. Guten Tag, der Herr. Guten Abend. Auch nabends. Ungefähr. Lacht wohl eher, oder? Milka hieß der? Wow. War der auch lila? Ich weiß nicht, ich hab ihn ja nicht gesehen. Schlecht. Ja, da sind wir grad noch entkommen. Während dem Spielen, das weiß ich noch, hab ich schon gedacht irgendwie, das wird nix mehr, der würde uns erwischen. Ich hatte nämlich wirklich nicht mehr viele Leben und jeder Schoß hätte mich eigentlich gekillt. Und wir hatten das zum Schluss ja schließlich mit so einem Bush-Wookie zu tun. Die sind immer ganz schwer auszuschalten als Solo. Aber, immerhin, extrahiert, auch noch ein paar Gegner mitgenommen. Passt. Nun denn, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.